hallo und willkommen zurück zu silent storm schön dass ihr wieder mit dabei seid wir haben eine beträchtliche anzahl an feinden ausgeschaltet und ja warten jetzt im endeffekt darauf dass der feind sich die mühe macht ich habe noch einen entdeckt ich würde sagen das macht nichts dass wir den entdeckt haben aber den zusätzlichen skillpunkt wollen wir vielleicht noch ausgeben gutes gewehr du versorgst immer noch kenko ich habe verbunden was ich konnte die zeit erledigt den rest wieso ist die kamera jetzt auf den gesucht ich bin zufrieden wer ist so verrückt und rennt an so eine position ich bin verletzt moment aha okay das ist passiert mit der zeit werden wir alle besser das ist passiert und ich habe mich schon gewundert natürlich guten tag es wird zeit mich zu verabschieden keine sorge das haben wir schon übernommen hier steht wahrscheinlich in wahrheit schon gar keiner mehr weil wir den fachmännisch auseinander genommen haben ich wünschte ich könnte mich zu verstecken wie vorhin den kratzer nehmen wir jetzt einfach hin und oli darf direkt noch mal dr spielen ich übertreffe meine eigene erwartungen sie haben mich im visier ich bin 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 ich Wo ist der denn plötzlich hergekommen? Ich meine, ich weiß, wo der hin verschwinden wird. Der Ofen ist aus. Sie haben mich im Visier. Und der hat ein schmerzhaftes Spielzeug dabei. Ich bereue gar nichts. Das ist uns total egal. Was ist jetzt mit der Blutung aus? Ja, sonst hätten wir einen richtigen Arzt gebraucht. Hör auf zu jammern. Mit der Zeit werden wir alle besser. Ich verreue gar nichts. Das ist ein schmerzhaftes Spielzeugzeug. Egal, Hauptsache sie wird verarztet. Was ist das? Was ist das? Ist nichts. Ich werde es überleben. Ach, auf einmal. Ah. Ohohoho. Den haben wir aber mal umgeknickt. Was ist das? Ich bin jetzt nach einer Seite. Ich werde es überleben. Was ist das? Ja. Ich werde es überleben. In der Seite können wir viele Sachen zu verwenden. Das behaupten Ärzte immer. Du musst dringend nachladen. Aber du weißt nicht wo sie sind, das ist schlecht. Nur eine leichte Verletzung. Wie konntest du den nicht sehen? Okay, der wird auf jeden Fall schon mal nicht mehr abhauen. Okay. 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 Die Situation erfordert schnelles Handeln. Das ist sehr schwierig. Ich muss mir eine zweite Meinung einholen. Ich habe meine Pflicht erfüllt. Oha, wir sollten es nicht unbedingt ausreizen, sage ich jetzt mal so. Paco passt auf die Seite auf. Ich habe meine Pflicht erfüllt. 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 Undiku. Ich habe meine Pflicht erfüllt. Ich habe deine Pflicht erfüllt. Bei ein paar Feinden weiß ich ja schon mal grob, wo sie sitzen. Das sind nämlich die beiden. Wenn ich den Feind ins Auge sehe, muss der Feind auch mir ins Auge sehen. Ich habe das Tor doch gerade wieder aufgemacht. Naja, mit dem Ding würde ich uns nicht wirklich treffen. Ich nehme den Befehl an. Jeder neue Sonnenaufgang verspricht Fortschritte. Sicher. Überrascht mich nicht. Immer eins und die Lass auf einmal. Die Kugel war defekten. Glaub ich auch. Oh, getroffen. Ich nehme den Befehl an. 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 Ja, mit 6% braucht man da nichts versuchen. Ja, mit 6% braucht man da nichts. Tja, ich habe mir die Deckung nicht ganz umsonst ausgesucht. Langsam bekomme ich ein mulmiges Gefühl. Der Feind verlässt das Versteck. Äh, nur das machen wir mal darauf hinweisen, wir sind hier eigentlich. Diejenigen, die sich verstecken, den anderen gehört das Gebäude ja. Ich fühle mich stärker und besser. Jaaa. Also überselbstsicher dürfen wir hier noch nicht sein. Das wurde von mir erwartet. Ah, schön. Er ist wieder aufgetaucht. Damit habe ich im Übrigen gerechnet. Aber die Episode ist auch vorbei, das heißt, wir schießen erst beim nächsten Mal. Danke, dass ihr wieder mit dabei wart. Es war mir wie immer ein großes Vergnügen. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch kostet nichts. Fragen, Vorschläge, Anregungen wie immer runter in die Kommentarsektion. Link zum Spiel gibt es in der Videobeschreibung. Und wenn alles nichts hilft, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao. Ciao. Vielen Dank.